Willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Ach genau, dieser Anarchist war das ja. Stimmt. Genau. Da waren wir ja selbst mal stehen geblieben. Genau, da hatten wir ja aufgehört, weil der Controller so im Arsch war. Oder ne, der Controller nicht, sondern das Kabel. Und ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Denn ich hab da Papier drum gewickelt. Mhm. Das. So, das haben wir uns direkt mal markiert. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Äh, direkt nehmen. Und. Special Multiboden ausschalten. Verbessere deine Defensive, indem du eine Klingenducken mit einem Ausschal... Was machen wir? Nehmen wir mit alles was geht. Zweiter Anhänger. Anarchist. Anarchist. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch... Ähm... Das hat ja jetzt gar keine Zeit abläuft. Oh, kann ich ja unter der Brücke durchtauchen? Das wäre doch cool. Gehen wir mal in den Sturzflug. Und ziehen wieder hoch. Und halten uns hier. In den Sturzflug. Und wieder hoch. Und wieder hoch. Und wir sind, äh, zu weit. Denn. Die Bombe. Scheint. Irgendwie da zu sein. Da hinten? Oh, what? Ist ja am Arsch der Welt. Äh, hallo? Der Controller macht gerade nichts mehr. Hallo? So, äh, jetzt hat er sich wieder abgemeldet? Das gibt's doch nicht. So, jetzt scheint er wieder zu funktionieren, ne? Ist vielleicht doch noch nicht so gut. Wie ich's dachte mit der Lösung. Bei FIFA hatte ich keine Probleme damit gehabt, aber... Hier anscheinend doch. Greife Hauptverdächtigen an! Ha! Wen willst du angreifen, Junge? Oh, die schießen? Die Schweine! Ihr könnt doch nicht einfach drauf losballern! Ihr könnt doch jemanden schwer verletzen! Schein, dass die Parade abgesagt wurde. Die machen irgendwie Spaß. Immer davon sind wir uns nicht. Der riesige Ballungsabschließt. Das würde ich sogar bezahlen. So, Blackgate... Prison. Aber wir müssen... ... Irgendwie da oben hin. Irgendwie da oben hin. Missions... Ziel... Die andere Dinge. Aber wenn ich eine Gefahr... Ich biete den Leuten ein Ziel. Äh... Achso, Rede. Wir müssen sie zerstören, um sie zum Schweigen zu bringen. Sonst werden wir nie frei sein. Was? Ich habe drei Bomben in den Korrupten. Ja, alles klar. Jetzt müssen wir wieder da hin. Oh, wat. Oh. Wie nervig. Das ist ja hin und her hier. Na gut, aber vielleicht kommen wir diesmal ja ein bisschen schneller da rüber. Ah, siehste wohl. Und schau... Oh, wir können doch da oben hin. Das wusste ich gar nicht. Oh, hier. Jetzt kann man sich hier mal so schön umgucken. Naja, zumindest so weit wie die Kamera geht, ne. Man kann sogar noch ein bisschen drunter gucken unter den Umhang. Interessant. Okay, sind wir jetzt eigentlich schon bald da. Da? So, da oben hin. Schnell hochziehen und los geht's. Was ist das halt nicht für ein Turm? Oder ist das irgendwie schon Arkham... Oder wird das hier später Arkham City oder sowas? Ich weiß das gar nicht so genau. Alter, springt der da voll gegen die Maul. Okay, wir waren doch da oben schon, oder? Ja genau, hier oben waren wir ja schon mal. Die hatten wir ja schon mal ausgeschaltet, genau. Ich erinnere mich auf jeden Fall ein wenig. Und? Hier scheint es noch so ein Datenpaket zu geben. Sprungangriff. Bam, wir sind da. Was ist das? Das ist aber um hin und her gespringen hier. Alter. 34er Kombo. Easy. Zerstört. Untersuche Anerkies. Dritte. Jawoll, direkt als Ziel gesetzt. Dann machen wir die hier nämlich mal. Das ist doch keine Sau. Das glaubt, das ist doch keine Sau. Weg. Was willst du? Wer ist hier der Freak? Ihr Freaks. Nice. So, was ist das hier? Achso. Ja, mit dem Hochspannungs-Gedlöt-Döns. Wo muss ich denn? Na, da wahrscheinlich nicht. Ah, legendärer Gesetzeshüter. Hier sieht so einigermaßen gut aus. Da wieder über die Brücke rüber. Oh, voll gegen die Mauer. Boah. Hauptsache, die schießen jetzt nicht wieder die Schweine. Das ist aber auch ganz schön widerstandsfähig, ne? Hier das, äh, olle Drahtseil oder was der da rausschießt aus seiner Waffe. Und. Ordentlich Fahrt aufnehmen und hochziehen. Und, äh, ganz langsam werden. Okay, erstmal ein bisschen gleiten und das scheint auch schon fast irgendwie hier vorne zu sein, habe ich ja fast das Gefühl. Oh, da sind wir ganz gut durchgekommen da drunter. So, da sehe ich doch schon wieder so einen Informanten. Und dann haben wir, glaube ich, wenn wir den haben, schon die dritte Bombe gefunden, ne? Oder wir müssen dann zumindest einer eben hinlaufen. Okay, da scheint irgendwie das Polizeipräsidium zu sein mit Sicherheit. Auf so'n Tuyore-Marsch der Welt. Nein, die gibt's nicht. Hin und her und hin und her und hin und her. Okay, wir müssen in die Richtung. Aber Sie müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Bestimmt? Wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt. Wo man gar nicht hinkommt. Wo man gar nicht hinkommt. Ah, jetzt muss ich doch wahrscheinlich auch noch Ausnahm zu, wa? Und hier auch nicht mehr so viel Zeit. Aber... Wie schneller wir unterwegs sind, desto besser. Gcpd. Oh, hier sind die ganzen Bomben da alle verdrahtet. Was passiert denn? Du weißt schon. Die Bomben wechseln. Die meisten sind so gehobt, dass wir auch alle sicherer sind. Wir müssen doch für Frieden sorgen. Nicht irgendwer. Alle gemeinsam. Wir werden alle gleich sein. Die Verantwortung teilen. Ich weiß nicht. Das klingt kompliziert. Ich bin doch schon da, Freunde. Ich bin doch schon da, Freunde. Besucht meine Taschen, seid ihr scheiße? Aua. Arschloch. Aua. Da habt ihr wohl ganz recht, dass ihr das nie schaffen werdet. Oh, nice. Alle noch geschafft. Und wir haben noch 14 Sekunden. Nice. Interessant. Obwohl du alle finsteren Details über meine Zielorte kennst, hast du sie verschont. Gut mir leid, dich enttäuscht zu haben. Enttäuscht? Überhaupt nicht. Komm zum Gerichtsgebäude, damit wir Gothams Prozess fortführen. Oh. Oh. Jetzt geht es da wieder hin. Ich werde wahnsinnig. Achso. Ah, scheiße. Wie ist es denn hier mit der Schnellreise? Ah. Ich dussel. So. Ich will. Ah. Ich will. Schnellreise. Ah. Hitze. Alles klar. Ich idiot. Das hätte ich auch vorher auf die ganze Zeit machen können, wa? Na ja, weißt du vorher halt nicht. Steckst du dann auch nicht drin. Ich habe drei Bomben. Wo muss ich denn hin? So. Jetzt scheint es auf dem richtigen Weg zu sein. Was ist das? Ach, haltet doch mal die Schnauze hier. Ich verprügel euch einfach mal trotzdem. Einfach nur, weil ich es kann. Ich habe das gesehen, wie der aufgestanden ist. Sehr cool gemacht. Ach, da hinten. Da ist das Gerichtsgebäude. Gleittritt. Ah. Nö. Den lassen wir mal. Doch, das hier wird alles später. Ähm. Arkham City. Ich erkenne zumindestens so ein bisschen was wieder. Oh. 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 So. Hier. Äh. Kann ich. Nicht rein. Wir haben einen Stempel standen. Du. Oh. 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 Ich kann ganz ordentlich rein. So. Oh, ja. Oh. Oh. da nektauern die Kumpel wieder flöten das gibt es auch nicht Barbar als Zer Barmherr vollhaupt nicht auf die Schnauze so als Kleiner mit dieser Folge hier die drei Bomben entschärft und bevor wir da jetzt reingehen machen wir doch mal eine kleine Folgenpause und sehen uns in der nächsten Folge wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss